Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 23. Mai 2022. Das Islandfest wurde organisiert, um ein Gefühl von Gemeinschaft auf der Insel zu erzeugen. Es treten berühmte Bands auf die Röhren der Hummus und die Legende von Manquip. Schon am ersten Tag des dreitägigen Events waren 50.000 Besucher dabei. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Filmt ihr mit einer versteckten Kamera? Echt? Das ist ungewöhnlich. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Sherman Yusuf. Der 23. Mai war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten.